Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Lästige Liebe von Elena Ferrante. Das Ganze ist ihr Debütroman, der aber neu übersetzt und in einer Neuauflage nochmal erschienen ist im Surkamp Verlag. Wir tauchen ja ein in die Geschichte von Delia und Amalia, wobei Delia unsere Hauptperson und die Tochter von Amalia ist, die eben dem Tod ihrer Mutter auf den Grund geht, denn Amalia ist ertrunken und die Frage ist, freiwillig, also aus Unfall sozusagen, oder halt mit Gewalteinwirkung. Bei der Obduktion wird nichts gefunden, aber Delia glaubt trotzdem, dass es sich um einen Mord gehandelt haben muss. Wir tauchen hierbei ein, ganz interessant, in das Italien des vergangenen Jahrhunderts, als es zum Beispiel noch nicht den Euro gab, sondern die italienische Lira. Ich selbst bin da quasi mit dem Euro groß geworden, als ich ganz, ganz klein war. Da konnte man irgendwann Euro eintauschen für D-Mark, da hat man so eine Art Starter-Set irgendwie bekommen, von jeder Münze eines. Was wir hier auch noch feststellen ist, dass das Italien des vergangenen Jahrhunderts nicht unbedingt so rechtens war, wie wir uns das vorstellen. Denn beispielsweise, um ihre Mutter berdigen zu können, muss Delia relativ viele Schmiergelder zahlen, für mal richtige und mal auch falsche Beamte. Das heißt, da wird sie von einem richtigen Beamten zu irgendeinem Bruder oder Kumpel geschickt, um dann nochmal bei einer Scheinamtsstelle nochmal Geld bezahlt zu machen. Delia beginnt dann zu ermitteln und findet heraus, dass sich ihre Mutter mit einem geheimnisvollen Herrn Kasserta getroffen hat, mit der so ein Sohn Delia selbst früher in der Kindheit gespielt hat. Und die Frage ist, wie lange war das schon? Und hat vielleicht Delias Vater deswegen ihre Mutter umgebracht? Denn er war Künstler und war Teil seines Lebens sehr, sehr eifersüchtig. Es ist aber so, dass das Ganze nicht aufgelöst wird. Denn alles, was wir erfahren, erfahren wir aus der Sicht von Delia. Und dabei ist eben permanent unklar, ob sie jetzt sich das ausmalt, ob das ihre Gedanken sind oder die tatsächliche, in Anführungszeichen, objektive Wahrheit. Das heißt, man erfährt sehr, sehr viel über die Vergangenheit und über die Ereignisse, die dahin geführt haben. Aber eine richtige Lösung gibt es am Ende nicht. Der Schreibstil ist zudem sehr, sehr anders als in der unterhaltenden Gegenwart-Literatur. Eben auch, weil es so ein bisschen hohe Literatur ist. Denn es gibt sehr lange Beschreibungsphasen, sehr viele Wörter, Sätze, Teils, Seiten, ohne dass die Handlung eigentlich vorangeht. Das bei einem Buch, was nur etwa 200 Seiten hat. Es erinnert mich so ein bisschen an Bücher, die ich in der Schule gelesen habe, wie zum Beispiel Buddenbrooks von Thomas Mann. Das ist auch ein sehr, sehr dickes Buch im Gegensatz zu diesem Schmalen hier. Und da wird auch sehr viel beschrieben. Nur, dass da die Handlung auch vorankommt. Und hier ist die Handlung, muss man sich darauf einlassen, dass sie sehr langsam, also sie kommt voran, aber nur sehr langsam. Heißt, man muss wirklich lesen, um des Lesens willen, weil es eben literarisch auch sehr schön formuliert ist. Und weil sie, also die Autorin Lela Ferrante, sehr gute Beispiele und Vergleiche findet. Es ist aber jetzt nicht rein als Unterhaltung gedacht, sondern es ist schon so ein bisschen, dass man auch zwischen den Zeilen mal schauen muss. Denn wenn man es als Chronik Italiens des vergangenen Jahrhunderts liest, weil wir erfahren ja immer in Rückblenden, wie es Amalias Vater und Großvater und die hatten zum Beispiel einen Kolonialwarenladen und so weiter. Wenn man das so liest, dann ist es tatsächlich lesenswert. Und dann entfaltet es auch seine sprachliche Wirkung. Ich habe dem Buch, gut gemeint, 3,5 Sterne gegeben, weil ich eben finde, dass diese Porträtwirkung und dieses Sprachliche, dieses eben, man erfährt haarklein, wie die Menschen in Diapel um diese Zeit und auch früher gelebt haben. Das fand ich sehr gut. Die Handlung, die eigentliche Handlung und den Spannungsbogen fand ich nicht so gut. Aber, weil eben, ja, es ist einfach ein Verzückt, das zu lesen. 3,5 Sterne. Also ein empfehlenswertes Buch, wenn man es auch ein bisschen ruhiger mag. Und die Frage, werde ich weitere Bücher von ihr lesen? Wahrscheinlich ja. Vielleicht nicht erst direkt. Aber der Schreibstil und auch ihre Beschreibungen, ihr literarisches Auge sozusagen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also ein ganz guter Auftrag meines Literaturmonats Mai. Es wird höchstwahrscheinlich weitergehen mit die Diplomatin von Lucy Fricke. Ich werde wieder berichten und in diesem Sinne sagt mir doch mal, ob ihr schon ein Buch von Lena Ferrante gelesen habt oder es vorabt nach diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.